Es sollte die größte Woche des Jahres im Kryptosektor werden und genauso ist es gekommen. Mit dem Wahrsieg von Donald Trump ist Bitcoin mit dem größten Wochenplus aller Zeiten aus der vergangenen Woche gegangen und auch die Altcoins kennen kein Halt mehr. Was jetzt für den Beginn einer Altcoin-Rallye spricht, warum eine Krypto-Zeitenwende mit der Präsidentschaft von Donald Trump einkehrt und welche Trading-Strategien sich nun ganz besonders anbieten, sprechen wir unter anderem in diesem Podcast. Heute ist Montag, der 11. November. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir zugeschaltet ist unser BDZ-Eche-Marktexperte Stefan Lübeck. Ja, moin Stefan. Wie ist die Lage bei dir? Sehr aufgeheizt? Ja, also erstmal ich als klassischer Fan des Karnevals, 11.11 Uhr, heute am 11.11 Uhr, da habe ich natürlich erstmal gefeiert. Nein, Spaß beiseite. Ich gucke natürlich nur auf den Kryptomarkt. Also ich vermute mal, dass es bei dir ähnlich, also ich in Charlottenburg, du in Berlin, in Mitte dann doch ähnlich bullisch aussieht. So weit liegen wir nicht auseinander. Und ja, der heiße Kryptomarkt, wie ich das mal nenne, mit massiven Kuss zu wechseln in den letzten Tagen, lässt einen tatsächlich das kalte Wetter oder zumindest mich ein bisschen das kalte Wetter draußen vergessen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich keinen Grund jetzt rauszugehen, sondern verfolge gebannt, was an den Finanzmärkten, insbesondere am Altcoin-Markt in diesem Fall so los ist. Aktuell muss man aber auch einfach ein bisschen Arbeit reinstecken und viele Charts screenen, dazu kommen wir später, um Coins im Endeffekt zu identifizieren, die vielleicht ihren Ausbruch noch gar nicht gemacht haben, aber in den Startlöchern stehen. Ja, auch deshalb sprechen wir heute logischerweise im Hauptteil über, wie Sven schon angeteasert hatte, über den Altcoin-Sektor und was uns dort in den kommenden Monaten vielleicht bevorstehen könnte. Ja, da kann ich dir nur recht geben, Stefan. Also bei mir ist es auch so, ich schaue in letzter Zeit viel, viel häufiger in mein Portfolio, in der BTC Echo App und check dann immer die Kurse gerade morgens, so das erste nach dem Aufstehen. Zwar nicht die gesündeste Angewohnheit, aber ja, es ist leider so, wenn man so aktiv im Kryptosektor ist, dass diese Angewohnheit einfach, glaube ich, dazu gehört. Und ja, ein klares Anzeichen auch ist wahrscheinlich für die nächste Bullrun-Phase, über die wir heute sprechen wollen. So, und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch wie immer für die vielen guten Bewertungen bedanken. Also, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann ist natürlich jetzt dazu die perfekte Gelegenheit. Wir freuen uns wie immer über jedes Feedback und eure Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify. Für diejenigen, die uns bei YouTube zusehen, gilt natürlich das Äquivalent. Also liked, kommentiert und klickt auf die Glocke, um uns zu abonnieren. Und jetzt erst mal der Blick in die vergangene Handelswoche. Stefan, gib uns doch einmal einen Überblick. Ja, also einfach gesagt, das ist eigentlich subsummiert. Die Finanzmärkte blicken auf die beste Handelswoche in 2024 zurück. Wunder, oh Wunder. Ja, infolge der Wahl von Donald Trump, ihr habt es alle mitbekommen, als neuen US-Präsidenten, sowie einem weiteren Zinsschritt der US-Federal Reserve Bank um 25 Basispunkte, gerät so ein bisschen in den Hintergrund, stiegen, ja, der Nasdaq und der S&P 500 unter anderem auf neue Allzeithochs. Getrieben von massiven Kursanstiegen im Technologiesektor mal wieder, legten dann neben Tesla, also absolute irre Kursbewegung, gut, Elon Musk ist jetzt irgendwie dann scheinbar Berater von Donald Trump und sitzt zukünftig irgendwie im Weißen Haus, aber das soll uns heute nicht interessieren. Vor allen Dingen auch die Kryptoaktien von Coinbase, Robinhood, Riot Platforms und auch CleanSpark um mehr als 30% im Wert zu. Allein Coinbase hat an dem vergangenen Mittwoch eine Intraday-Bewegung von, ich glaube, 31% hingelegt. Also das sind Werte, da muss man sich überlegen, das ist ja nun keine Pommesbude mehr, sondern da werden Milliarden bewegt, die da im Endeffekt in den Markt geflossen sind. Also, ja, Bitcoin zeigt sich im Windschatten, muss man sagen, ebenfalls stark und erreicht über das Wochenende, das war Stand gestern Abend, tatsächlich einen Wochenschlusskurs um 81.000 US-Dollar. Jetzt heute zu Wochenbeginn ging es schon wieder weiter, in der Spitze waren wir bei, lass mich mal gerade gucken, 82.500 sogar schon fast. Ja, damit ging es für die Kryptoleitwährung jetzt 17, 18% genauen. Jetzt geht es bei mir schon wieder los, die Alarme ballern. Insofern, wir sind, oder sozusagen der Markt zeigt, dass die Anleger wieder risikoaffiner werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man daraus nehmen kann, gerade wenn man sich auch den restlichen Kryptomarkt anschaut, auf den wir jetzt ja genauer eingehen wollen. Ja, total. Und das Spannende fand ich, dass sogar die Aktien, die Kryptoaktien, den Kryptowährungen in nichts nachstanden. Also die Bewegungen waren ja wirklich verrückt, gerade von den Minern. Ich glaube, für die ist es natürlich besonders positiv gewesen, dass Donald Trump gewählt worden ist, wo ja gerade sonst immer die ESG-Bedenken waren, teilweise die Steuerbenachteiligung, die jetzt da nicht mehr eintreffen dürfte für die. Also das hat schon Spaß gemacht, sich die Kurse dieser Aktien anzuschauen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und ich würde sagen, jetzt lass uns aber auch nochmal einen Blick, wie gehabt, auf die Tops und Flops der letzten Woche machen. Und angeführt wird die lange Liste von Kronos, der hauseigenen Währung der Kryptobörse, Krypto.com mit 92 Prozent Kursplus. Und dann folgen ihm ja direkt schon die klassischen Meme-Coins, also Dogecoin, Nero mit 89 beziehungsweise 85 Prozent. Ja, ganz schöne Menge alles. Natürlich sehr, sehr große Zuwächse und wieder so ein Oldie-Meme-Coin-Revival, könnte man sagen, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also Doge und auch Nero, das ist ja tatsächlich der neue Shiba Inu-Hund, der Besitzerin des Hundes, welcher damals die Vorlage für Dogecoin war. Nur das mal kurz zur Erklärung. Ja, die haben performt, wie du schon sagst. Und zusammenhängend tut diese starke Performance vermutlich mit zwei Sachen. Zum einen dürfte der Trump-Sieg und damit der gestiegene politische Einfluss von Elon Musk damit zu tun haben. Dass dieser ist ja nun ernst mal zum Einschein mit seiner politischen Beratung, zeigt der Umstand, dass, nur mal als kleine Side-Info, dass Elon dem Telefonat von Dollar Trump mit Herrn Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, vor wenigen Tagen tatsächlich beigewohnt hat. Also das zeigt schon, er will da jetzt irgendwie indirekt oder direkt irgendwie Einfluss nehmen, auch mit Unterweltpolitik. Da aber auch Shiba Inu mit 53 Prozent Kurs plus eine starke Performance zeigte, dürfte der zweite Grund oder der andere Grund dafür, für diese starke Performance der Hunde, nenne ich es mal. Vor allem auch auf das hohe Trading-Volumen auf der koreanischen Börsen oder auch generell auf den koreanischen Börsen geschuldet sein. Mal als Beispiel für Upbit. Die Leute, die immer sonders meinen YouTube-Stream gucken, wissen das. Ich gucke da gerne drauf, um zu sehen, was ist da los, weil die Jungs zocken gerne Altcoins. Im Durchschnitt, nur mal für ein Beispiel, haben die auf einen Sonntag, so Pi mal Daumen, ein bis 1,5 Milliarden Handelsvolumen. Was hatten wir gestern? gepflegte 8 Milliarden Handelsvolumen. Was hatten wir gestern? Über 8 Milliarden Handelsvolumen. Das zeigt, das Interesse an Altcoins ist hoch und ist jetzt sechsmal höher als die durchschnittlichen Wochenenden in den Wochen zuvor. Ja, die Altcoin-Party scheint in Korea nunmehr deutlich an Fahrt aufzunehmen, muss ich mal sagen. Ja, und auch an Fahrt aufnimmt, nimmt ja der Oli Cardano. Ich war echt ganz gespannt, oder erschrocken fast schon, dass der über 80% gesprungen ist irgendwie seit dem 30. März schon. Also, was ist denn da los? Kommt jetzt Cardano wieder zurück? Naja, also auch Cardano wurde von den Korea-Trainern fleißig gehandelt, konnte man sehen, hat man so eine schöne Übersicht, muss man einfach nur auf CoinGecko zum Beispiel gehen, dann kann man die Börse auswählen, da sieht man dann direkt, was wird da überhaupt, was sind die top gehandelten Coins, da war Cardano neben den beiden Hunden ebenfalls auch ganz da oben. und ja, der Grund für die Performance dürfte dabei neben der News, dass Cardano wohl plant, eine neue Bitcoin-Layer 2 zu werden, also Hoskinson gehen die in denen wohl auch nicht aus, und auch damit zusammenhängt, dass Herr Hoskinson, also der gute Charles, laut eigener Aussage, zumindest in einem Videospot, den man bei ihm auf Twitter sehen kann, in Trumps Beraterteam denn einberufen wurde, was aber wohl so dann auch wieder nicht ganz korrekt war, da Charles sich lediglich als Volontier angeboten hat, also er würde da gerne, denke ich mal, mitwirken, auch was die Regulierung angeht, des ganzen Kryptomarktes etc. Ja, dann wenn man noch die Liste runterschaut mit Sui, der ebenfalls 70% zugelegt hat auf ein neues Eutermal, sowie der Solana Dex Radium mit 67%, zeigen sich aber auch zwei Coins weiter da oben, die bereits in den letzten Wochen starke Kursanschiegel verzeichnet konnten, Ebenfalls stark zeigen sich Ethina mit 74% Wertzuwachs, der ENA-Kurs profitiert da auch von der bullischen Kursentwicklung Ethereums und das hat mich eigentlich am meisten überrascht und das ist auch, glaube ich, für mich der größte oder der wichtigste Grund, warum sozusagen der ganze Altcoin-Sektor jetzt so richtig in den Startleckern steht und mit den Hufen schadet, denn Ethereum hat unbeachtliche 30% Gen Norden zugelegt und das ist und das nun auch der größte Altcoin zurück in die Spur findet, so muss man sagen, er war 2024 eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit Underperformer und auch, ja, diese besagte Underperformance gegenüber Bitcoin etwas abbauen konnte, also er ist stärker gestiegen als Bitcoin und hat dementsprechend ungefähr 8% gegenüber Bitcoin auch gut machen können in der Woche, was immer wichtig ist und das untermauert für mich eigentlich irgendwie die gestiegene Chance auf eine bullische Trendfortsetzung am gesamten Kryptomarkt eben ohnehin, das dürfen wir nicht vergessen, statistisch stark im letzten Handelsquartal. Das ist Musik in meinen Ohren, Stefan Bullisch, durch und durch und wenn man die Liste auch durchgeht, ja, 90% der Altcoins weisen ein zweistelliges Kurswachstum auf, auf Wochensicht jetzt und sogar 60% davon mehr als 20% und da bleibt nicht mehr viel Platz für Verlierer, es ist schwer, da welche zu finden, höchstens so ein Tron irgendwie mit 0,1% Abschlag, das ist aber dann auch irgendwie irrelevant, in meinen Augen, also ich würde sagen, sparen wir uns die Verlierer diese Woche, oder? Ja, genau und bei Tron muss man tatsächlich sagen, der hat ja im 2024, war er einer der stärksten Top 20 Coins und handelt im Gegensatz zur Konkurrenz wie zum Beispiel Ethereum oder weiterer Layer Ones zusammen mit Bitcoin, ist er zum einen genorden gestiegen und Tron handelt im Schlagdistanz zu seinem 2021er hoch, das können auch nicht viele Altcoins von sich sagen, insofern geben wir Justin Sun mal minus 0,1% auf die Woche, ist egal, lass uns einfach direkt ins Hauptthema steigen. Genau, beflügelt von den schönen Kurs zu wechseln und da steht natürlich jetzt die große Rally im Fokus von Trump ausgelöst, die Altcoin Rally und bislang, ja, ist es eben nicht nur Bitcoin, der sehr stark steigt und die Frage ist jetzt, ist Trump wirklich so ein Altcoin Präsident oder ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel hineininterpretiert? Naja, also dass wir nun eine kryptofreundlichere Politik sehen dürfen, preist der Markt halt unmittelbar ein. Ich habe immer gesagt, Märkte sind mittlerweile derart effizient, man sieht es ja auch, irgendeine News kommt raus über irgendeinen Coin, der irgendwo gelistet wird, keine zwei Minuten später fängt der irgendwie an zu laufen. Das ist genau das, was wir sehen und während bei Bitcoin muss man sagen, ja, ein Stück weit das meiste an Regulierung so bereits geschehen ist, also wir haben CME Futures, wir haben die Spot ETFs und ab Januar kriegen wir auch noch die Options auf die ETFs, das ist im Grunde genommen das Letzte, was wir noch brauchen, und dann haben wir das sozusagen rein Finanzprodukt-technisch am Treadfile-Markt dann auch abgedeckt und ja, durch den Regierungswechsel haben wir zwar den Gedanken, dass das Bitcoin als Strategic Reserve perspektivisch werden könnte, also auch positiv für Bitcoin, aber vor allen Dingen diese Chance jetzt auf weitere ETFs, auf Solana, Ripple und womöglich auch weitere Altcoins wie Avalanche, Zui, ja, sind deutlich angestiegen und der Austausch des SEC-Vorsitzenden, wir mögen ihn alle sehr, man munkelt nämlich, Herr Gensler, tritt bis Jahresende dann ab, dürfte auch die ewige Leier der Unregistered Securities beenden und die Klagen gegen Altcoin-Projekte wie Uniswap, IMX und weitere optimalerweise dann auch ein für alle Mal beenden. Ja, und was ich daran so spannend finde, ist ja auch, dass das, diese Unsicherheit, die es seit Jahren gab, wie geht es weiter in den USA, die ist jetzt einfach mal vorbei. Also jetzt kann man wirklich sagen, auch gerade institutionelle Investoren, Unternehmen, ihr habt jetzt die Sicherheit, ihr könnt jetzt investieren, ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt der Staat herkommt und dann diesen Crypto-Crackdown, wie wir ihn gesehen haben, durch Gary Gensler und die beiden Regierungen dann vornehmend. Ich glaube, das ist etwas, was noch gar nicht so stark eingepreist ist, was erst in den nächsten Monaten sich wahrscheinlich etablieren wird und dann auch noch wahrscheinlich eine Signalwirkung haben wird international. Also das ist für mich auch sehr positiv von der regulatorischen Seite und wir konnten dabei auch sehen durch Trump, dass die traditionellen Märkte ja sehr positiv reagiert haben, gerade dieser Trump-Trade aufgegangen ist. Also vor allem doch die Industriewerte, jetzt gar nicht immer die großen Tech-Werte, sondern die klassischeren Werte, Industrie- und Nebenwerte, also die kleinen Werte, die haben ja auch mega gut performt. Wie siehst du da jetzt den Zusammenhang zwischen eben dem Kryptosektor und den Aktienwerten, die ich gerade angesprochen habe? Also die Handelswoche hat erst mal gezeigt, dass die Wall Street einfach breiter gefasst den Sieg Trump erst mal bullisch bewertet. Der S&P 500 hat erstmals in der Historie die 6.000 erreicht und hat mehr oder weniger da Freitag auch geschlossen. Der Dow Jones, der Nasdaq erreicht Neu-All-Time-Highs. Damit folgen die Kursbewegungen auch schlicht und einfach der Statistik, denn im Durchschnitt zeigte sich der S&P und das ist nun mal der größte Index der Welt seit 1932 bis 2020 gesehen, also sämtliche Präsidentschaftswahlen in dieser Zeit und zeigte sich der S&P nämlich vom Tag des Wahlausgangs bis zum Tag der Einführung des neuen Präsidenten, das ist dann immer 73 Tage später, sprich irgendwann Anfang Januar in der überwiegenden Mehrheit bullisch. Das heißt, wir sehen jetzt erst noch mal bis Anfang Januar, ich glaube 7. 10. Januar, irgendwie sowas ist die Einführung, sehen wir von der Statistik eher, dass der S&P noch weiter Platz hat. Und jetzt hast du angesprochen, wer hat da wie, Industriewerte haben gewonnen. Interessant ist, insbesondere auch der Energiesektor und der Bankensektor haben stark profitiert in der Vorwoche, da Republikaner und da kommt es dann wieder so das Politische rein, traditionell eher deregulierend agieren und diese Sektoren davon stark profitieren. Die Nebenwerte, du hast es angesprochen, du hast es 2000 als Nebenwerteindex, profitierten in der abgelaufenen Woche am stärksten vom bevorstehenden Regierungswechsel, muss man ganz klar sagen. Den Nebenwerteindex beinhaltet dann klassischerweise viele Risikowachstumstitel, welche zudem von dieser Leitzinssenkung der FED am Donnerstag dann zusätzlich profitierten. Wir wissen, werden Kredite billiger, profitieren nicht nur die Unternehmen von fallenenden Zinsen auf Kredite, sondern auch die Anleger nutzen die billigeren Kreditrahmen dazu, wieder vermehrt in Risikoassos zu investieren und zu denen gehört auch der Altcoin-Sektor. Und dadurch, dass Trump und seine Söhne nun mit so ein bisschen Untergang mit diesem World Liberty Finance, das Produkt, was sie da haben, im Default-Sektor unterwegs sind, dürfte sich hier die Regulatorik insbesondere in diesem Bereich pro Default verbessern. Ein weiterer Faktor ist tatsächlich auch das Vorhaben der Trump-Regierung, die Unternehmenssteuern von aktuell 21 auf 15% zu senken. Die Statistik besagt, dass der Russell 2000, wenn man da mal reinschaut, nämlich am stärksten von einer Steuersenkung profitieren dürfte. Man sagt, rund 1,2% Anstieg im Index pro 1% Unternehmenssteuerreduktion. Das wären bald 6% geplanter weniger Steuerlast, mehr als 7% Kursanstieg beim Russell 2000. Der hat dann das auch direkt mal quittiert mit 8,1% Kurssprung am letzten Mittwoch. Da wurde dem unmittelbar Rechnung getragen und eigentlich sämtliche Risikoassets mit Genorden gehievt. Auch die Altcoins, wie wir sehen, profitieren davon. Das Future Trader auf US-Aktien mit momentan 300 Milliarden US-Dollar an Future Long Positionen. Die größte Long Menge jemals offen haben, untermauert dann eindeutig den Risikoappetit der Anleger. Ja. Für mich nimmt das auch schon so ein bisschen die Erwartungshaltung vorweg, die wir auch in den traditionellen Märkten sehen, dass da jetzt bald so eine ziemlich große Geldflut auf uns zukommt. Denn wenn man sich mal anschaut, du bist in die Industriepolitik von Trump, dann heißt es ja vor allem, Industrie zurückholen aus dem Ausland und das muss finanziert werden und das braucht viel Geld. Und mancher sagt schon, Arthur Hayes zum Beispiel hat er letztens im Interview gesagt, das wird eine Geldwelle geben, die größer als bei Corona war, was da an Summen aufgewendet wird. Also da würde mich jetzt auch interessieren, Stefan, glaubst du jetzt auch, dass mit Trump, mit dem Zinssenkungszyklus, den wir haben und eben den Absichten, die eben die Regierung verfolgt, dass das wirklich auch eine neue Liquiditätswelle voranbringt, die zu diesem steigenden Kursumfeld führt? Also Trumps Plan ist klar, du hast ihn gerade schon mal angeführt, ersetzt als Verhandlungsbasis gegenüber Europa und China, muss man jetzt noch sagen, oder Teile Asiens, auf erstmal auf hohe Strafzölle, welche aber vermieden werden können von den jeweiligen Ländern, wenn denn Unternehmen aus diesen Regionen sich in den USA ansiedeln und lokal für den US-Markt produzieren. Er hat ja vor einer Weile schon mal gesagt, gesagt, I want the European Car Sector, especially the German Car Sector to be American in the future. Das ist eine deutliche Sprache, die er da gesprochen hat. Ja, und auch China dürfte er mit dieser Strategie auf Linie bringen wollen. Der Bau neuer Werke und Fabriken würde logischerweise mehrheitlich kreditfinanziert ablaufen, weshalb wir mit einer Liquiditätsschwemme, das hast du angesprochen, seitens der Kreditkäfer und vor allem in diesem Fall den Banken dann rechnen können. Und ja, da die Republikaner die strengen Auflagen der US-Banken bei der Kreditvergabe dann in der Folge absenken dürften, könnten auch weitere Investoren dazu bewegt werden, wieder eher kreditfinanziert in Wachstumsbereiche wie unter anderem den Kryptosektor zu investieren. Bestes Beispiel sind hier, wie gesagt, aus Krypte sich vor allem die krassen Aktien zu wechseln. Das sind mehrheitlich Titel, die auch im Rasse 2000 sind. Unter anderem Coinbase hat es so angesprochen, die Kryptominer, Mara, CleanSpark und Co., sowie auch MicroStrategy, die ja auch richtig Gas gegeben haben. Heute übrigens, heute das Hoch aus, ich glaube 2000 oder 2001 hat MicroStrategy tatsächlich nach was 23 Jahren wieder erreicht, also sprich die Stine jetzt auch tatsächlich am Ultramay. Und das zeigt ja, Kursanstiege von 30 teilweise und mehr Prozent seit letzten Mittwoch sind eine Ansage. Man muss dazu sagen, vielleicht sollte ich noch kurz eins einwerfen, das, was er plant, ist persönlich nicht ganz zu Ende gedacht, denke ich, weil er sagt auf der einen Seite Migranten sollen raus und dann will er, sagen wir mal, die ganze Zulieferindustrie von den Firmen, die er ansiedeln will, die müssten auch angesiedelt werden, dann will ich mal sehen, welche Amerikaner er findet, um dann im Endeffekt irgendwelche Spritzgussgeschichten oder Spritzplastik wieder in Amerika zu produzieren. Gerade wenn er auch noch die Migranten rauswerfen will, die ja traditionell so eine Arbeiten in den USA gemacht haben. Das ist in den USA nichts anderes als in Deutschland. Erzähl mal jemanden, ja, du geh mal jetzt gerade auf Bauarbeit und sagen alle, nee, dann mach ich mir die Hänger, die Finger schmutzig, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Insofern, inwiefern er das alles so umsetzen kann oder inwiefern er zurückrudern muss, was Migranten, Abschiebungen angeht, etc., werden wir dann generell sehen. Aber das Interesse an Krypto, und das ist ja seit letzten Mittwoch nun eindeutig, wird untermauert mit Blick auf die Inflows unter anderem in den größten Spot ETF iBit, kennen wir alle. Dieser verzeichnete nämlich vergangenen Donnerstag mit 14.588 Bitcoin, die zugeflossen sind, den stärksten, ja, die stärkste Zunahme in seiner zehnmonatigen Geschichte. Wir erinnern uns, es werden aktuell nur 450 Bitcoin täglich geschürft, also eine riesige Diskrepanz. Und ja, die starke Nachfrage an iBit ließ den BTC-Spot-ETF nämlich nach etwas mehr als zehn Monaten, muss man sich mal überlegen, Handelszeit, seit Bestehen des iBit bereits den Gold-ETF mit dem Kürzel IAU, also das ist der iBit-Gold-ETF hinter sich, während der IAU nämlich momentan eine Marktkapitalisierung von 32,96 Milliarden US-Dollar aufweist, sind es beim iBit nun 33, 33,2 Milliarden, insofern innerhalb von zehn Monaten da einfach mal geflippt, starke Performance. Ja, ich denke Larry Fink, BlackRock-CEO, freut es, seine Strategie geht voll auf, er hat es ja immer gesagt, Bitcoin wird so das neue Gold werden und genau das scheint jetzt ja eben auch sich in der Wahrheit, in der Realität zu bewahrheiten. BlackRock hat ja erst die Tage so eine neue Broschüre auch rausgegeben, also eigentlich ein Werbeprospekt für Bitcoin, warum man in Bitcoin investieren sollte, also die hören nicht auf, sage ich jetzt mal, das noch weiter anzuheißen, ich glaube auch die Berater von BlackRock gilt für die von Fidelity, genauso natürlich von den anderen großen Asset-Managern, ich glaube die bekommen gerade richtig schön Oberwasser, rennen offene Türen ein bei den ganzen großen Kunden, Großkunden, die sie haben, also da bin ich auch super, super bullish und eine spannende Frage ist ja auch immer, wir haben uns jetzt ja auf die USA konzentriert, aber das hat ja Auswirkungen auf uns, also in Europa natürlich, aber auch auf Asien und wir alle schauen dorthin, was dort passiert als das mächtigste Finanzzentrum der Welt und da können wir eigentlich auch nichts anderes machen, außer denen zu folgen und da würde mich jetzt auch interessieren, Stefan, was glaubst, wie werden so die Auswirkungen sein jetzt auf Europa und Asien, was werden wir machen als Reaktion darauf? Also wären wir, du bist da ja wirklich viel tiefer drin als ich, Sven, da könntest du wahrscheinlich eine Sonderfolge Mika einfach mal mit dir machen, wir haben ja in Europa Mika als unsere eigene Regulierungsrahmen, will ich das mal nennen, den haben wir auf den Weg gebracht, auch wenn er jetzt in Deutschland durch die Regierungskrise wieder irgendwie die Einführung ein bisschen verzögert werden könnte, hatten wir letzte Woche noch einen Artikel zu, sind wir da eigentlich so weit, ich sag mal, oder tangiert uns das vielleicht weniger oder es zeigt uns nur mehr noch, okay, die Regulierung ist wichtig, aber Krypto geht seinen Weg und das wird damit ein Stück weit jetzt bestätigt, gerade wenn die USA da so handeln, aber es könnte, vielleicht viel stärker die Krypto oder die Pro-Krypto-Haltung vor allem in Asien tangieren, denn man muss sich nur mal überlegen, Putin hat ja unlängst tatsächlich, auch vor der Wahl war das schon, als hätte der wusste, was das Ergebnis sein könnte, dass Bitcoin-Mining in Russland nun doch wieder erlaubt, ja, und China könnte, man darf nicht vergessen, China ist offiziell so, macht kein Krypto inoffiziell handeln, die schon mit Krypto und auch die größten, also mit, die großen Mining-Gerätehersteller mit Bitmain und Co. kommen aus China und auch in China gibt es immer noch große Miners, es ist nicht so, die haben halt große Mining-Pools, die immerhin noch einen substanziellen Teil der Hashrate irgendwie von Bitcoin stellen und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass China sich immer so ein bisschen überlegt hat, vielleicht was machen wir jetzt mit Krypto, behalten wir das nun gebannt, brauchen wir doch, müssen wir bei Bitcoin dabei sein, dürfte spätestens, denke ich mal, die Aussage des Governors of Texas, den Namen hatte ich gerade, ist mir gerade entfallen, im Ohr haben, wonach nämlich er sagt, der Bundesstaat solle nun nicht nur die US-Mining-Monopolregion darstellen, sondern zukünftig zum Zentrum des Kryptosektors aufsteigen weltweit, ja und das dürfte, wie gesagt, meiner Meinung nach Asien oder insbesondere auch China eventuell noch mal überlegen lassen, und wie sie denn zukünftig den Kryptosektor irgendwie oder wie sie herangehen dort und da muss man auch zusätzlich sagen, jetzt unabhängig von der reinen Kryptopolitik, die sich ändern könnte, dass China, das hatte ich auch, glaube ich, mit dir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, was China für einen Impact haben könnte und das hatte sich jetzt auch letzten Freitag dann bestätigt, dass nämlich deren Kreditpaket für die heimischen Banken und den Immobiliensektor primär in einer Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar nun verabschiedet wurde letzten Freitag, sich gleichsam aber vorbehalten wurde und ich glaube, das machen sie auch wieder mit, ja, was passiert, wenn Trump tatsächlich Anfang Januar nimmt, wie schnell wird er im Grunde genommen uns ein Häkchen angreifen mit Strafzellen und sie jetzt schon gesagt haben, wir können noch weitere Wirtschaftspakete für die heimische Industrie schüren und ja, was ist das? Das erhöht natürlich weltweit die Liquidität. Ja, also für mich hört sich das so an, dass eigentlich mehr Impulse fast schon aus Asien kommen können als aus Europa, also angenommen, es passiert sogar, dass sich China weiter öffnet, weil sie sagen, wir dürfen das den USA nicht überlassen, dieses Spielfeld. Ich glaube, das ist noch überhaupt nicht eingepreist. Falls wir sowas erleben, es wäre natürlich sehr restriktiv nur in der Form, wie es China zulassen würde über irgendwelche Hongkong-ETFs, die sie dann auch dem Mainland China zugänglich machen, weiß man nicht, aber das wäre natürlich etwas, was super krass gut wirken würde. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu Mika, du hast es ja gerade gesagt, Stefan, das ist wirklich gerade eine katastrophale Situation, in der wir uns da in Deutschland befinden. Wir waren es ja, die es vor allem angestoßen haben in der EU, diese einheitliche Kryptoregulierung und jetzt sind wir vielleicht auch die einzigen, die sie nicht haben werden nächstes Jahr aufgrund eben des Ampel-Aus, da wir noch das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz in Deutschland verabschieden müssen, damit Mika im nächsten Jahr vollständig in Kraft treten kann. Und ja, aktuell passiert da leider nichts aufgrund dieser Regierungskrise, die wir haben. Was bedeuten würde, sollte es nicht in den nächsten zwei bis drei Wochen noch im November, wenn noch passieren, dann werden Deutsche oder in Deutschland lizenzierte Crypto-Broker-Börsen die einzigen sein, die auch nur in Deutschland operieren dürfen und alle anderen, die jetzt dann über das Ausland gehen, die können dann auch international, also europaweit agieren und das ist natürlich echt sehr, sehr peinlich für Deutschland wäre das, wenn wir es dann nicht mehr auf die Kette kriegen, ja, Mika-konform zu sein, auch aus Verbraucherschutz, Verbraucherschutz Sicht wäre das nicht optimal. Also ich hoffe hier, dass hier politisch gerade sehr, sehr viel passiert, damit Deutschland, der Standort Deutschland, nicht komplett ins, ja, europäische Hintertreffen gerät. Das ist jetzt aber nicht unser Hauptthema heute, sondern ich möchte mit dir natürlich über die Altcoins sprechen und sicherlich fallen dir auch noch weitere Gründe ein, Stefan, warum jetzt die Altcoins, ja, weiter voranschreiten dürften. Ja, also ein wichtiger Punkt ist für mich tatsächlich die starke Kursentwicklung von Ethereum mit 30% Kursplus. Ich musste erstmal in den letzten sieben Tagen, ich musste tatsächlich auch erstmal nachgucken. Zuletzt stieg Ethereum nämlich im Mai 2021 noch leicht stärker mit 33% Wertzuwachs in einer Handelswoche gen Norden und ja, seit Mai 2021 gab es nicht mehr so eine starke Woche, das heißt, es ist eindeutig bemerkenswert und dann schaut man mal direkt auf die Ethereum ETFs, denn die verzeichneten nämlich seit dem 6. November innerhalb von drei Tagen, also drei Tage in Folge Grün hatten wir glaube ich dort auch bisher gar nicht und wir haben in diesen drei Tagen Nettozuflüsse von zusammengezählt 218 Millionen US-Dollar generiert. Ist natürlich ein Klacks gegen die Bitcoin ETF-Zuflüsse, aber am Freitag allein waren es 85 Millionen US-Dollar gegen Wert und das war der drittstärkste Handelstag seit Handelsstart der ETF-Spot ETFs am, der Ethereum-Spot ETFs am 23. Juli. Ja, und ETH ist als größter Altcoin und ich bin sozusagen du und ich haben ja schon einige Saisonen hinter uns traditionell eher ein Wegweiser für die Performance des Altcoin-Sektors. Bestätigt wird diese Annahme, wenn man sich den Chart Total 2 auf TradingView anschaut, dieser Chart ist das komplette Market Cap des Kryptomarktes rausgerechnet Bitcoin und Ethereum, also wir schauen uns da im Grunde einfach nur die Altcoins an und hier haben wir nämlich durch den dynamischen Ausbruch in der Vorwoche, also Mittwoch mehr oder weniger ging es los, nun Raum, um in Richtung des bisherigen Jahreshochs zumindest mal aus dem März 2024 anzusteigen. Ja, aktuell sind wir mit ungefähr 1,11 Billionen US-Dollar Market Cap noch 15% vom damaligen Höchstwert aus dem März bei 1,27 Billionen Market Cap entfernt. Zum Allzeithoch aus dem November 2021 sind es sogar noch rund 52%, also da haben wir noch richtig viel Potenzial. Unter der Prämisse, wir wissen es, kriegen wir genug Liquidität in den Markt. Das ist natürlich einfach so die Grundvoraussetzung, weil ohne Geld wird das einfach nicht, sagen wir mal, aber es sieht ja soweit ganz gut aus. Und dann habe ich vielleicht noch einen weiteren Grund, der ist so, ich glaube, ziemlich vielen Leuten entfallen vielleicht schon wieder, weil es so schnelllebig ist, der Kryptomarkt. Nachdem wir gesehen haben, was die Trump-Wahl ausgelöst hat am Markt und das Anleger von Risiko-Aversen Assets, Gold, hat insgesamt 50, waren es 50? 50 Euter im Heiß in diesem Jahr gemacht. Gold als Risiko-Averses Asset ist nämlich seit letzten Mittwoch um 5% gefallen, heute allein 2%. Sind die Anleger wieder in Risiko-Assets unterwegs, sehen wir, wie der Russell 2000 gestiegen ist. Und nachdem ich das schon sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass die News, die, ich glaube, viele Leute einfach schon wieder verdrängt hatten oder wenn sie nicht persönlich sozusagen betroffen waren damals, hat man es vielleicht auch gar nicht am Schirm, dass nämlich bei FTX, der vormals zweitgrößten Börse der Welt, diese 12 Milliarden US-Dollar, die ausgezahlt werden sollen an geschädigten Kunden, womöglich, also das Datum kurz bevor steht. Also das heißt, wir können jetzt in den nächsten Wochen auf einmal eine News bekommen, hier 12 Milliarden werden jetzt gerade überwiesen, um es mal einfach zu sagen. Nehmen wir jetzt nur mal an, dass 6, vielleicht 8 Milliarden von diesem Geld, was ja in Stablecoins überwiesen wird, also die Leute kriegen das in USDC mehrheitlich ausgezahlt, das ist mein Kenntnisstand. Und man sagt, 8 Milliarden davon, dieses Fiat, werden dann in den Markt reinvestiert. Ist das für mich zumindest mal kurzfristig mindestens so Bullish zu werten, wie dieser politische Wechsel. Ja, das wäre super spannend, wenn wir das dann noch erleben. Soll dieses Jahr auch passieren, weil mein letzter Stand zumindest von den FTX Anfang Dezember eigentlich irgendwie sowas. Also es können auch richtig schöne Weihnachten werden, auf jeden Fall ordentlich viel zu feiern. Und das Spannende ist, glaube ich, was jetzt viele interessiert, diese neue dynamische Marktphase, du bist Trader, Stefan. Was macht das für dich aus jetzt? Also was hat das für dich aus Trading Perspektive gerade verändert, dieses neue Marktumfeld? Ja, normal ist es immer so, dass wenn man in Märkten, die eher rückläufig sind, also fallen oder die seitwärts laufen, dann probiert man eher Rücksetzer zu kaufen, womöglich alte, wichtige Support-Bereiche zu kaufen und dann vielleicht über Dollar-Cost-Averaging zu gucken, dass man im Endeffekt in diesem Fall in den Preisen im Endeffekt einen guten Durchschnittspreis erwischt für den Kauf. Deswegen auch immer zu mehreren Zeitpunkten kaufen. Und das dürfte sich jetzt wieder geändert haben. Also wir scheinen nach mehr als sechs Monaten Korrektur beziehungsweise bestenfalls Richtungslosigkeit, will ich das mal nennen, nun wieder in eine bullische Trendphase überzugehen. Und Trendphasen haben für Trader einen signifikanten Unterschied, auch für Investoren. Denn man kann aktuell beobachten, dass Kursausbrüche über wichtige Widerstände, an deren die Kurse nämlich von Altcoins in Seitwärtsphasen mehrheitlich scheitern. Also normal, wenn man in Seitwärtsphasen, dann kommt so eine mögliche Ausbruch, dann wird der versucht, dann sind aber keine Anschlusskäufe da, dann wird es ein Fehlausbruch und der Kurs sackt zurück in die Range. Also es wird häufig scheitert, da scheitern so eine Ausbrüche in schwachen Marktphasen. Nun nämlich tatsächlich, in den letzten Tagen hat man es gesehen, mit hohem Handelsvolumen erfolgreich sind, also sprich, es sind Ausbrüche und es kommen dann aber auch weitere Anleger und Trader in den Markt, die davon angelockt werden und die im Endeffekt diese Ausbrüche dann prozyklisch traden und dementsprechend Volumen reinbringen und dann auch genug Kaufpower sozusagen haben, um den Kurs weiter genorn zu schicken. Man sieht es bei Bitcoin, wo der Ausbruch über das alte Altamai den Kurs innerhalb von weniger Tage auf über 80.000 Dollar ansteigen ließ. Ich hatte in der letzten Kursanalyse kurz vor der Wahl von Herrn Trump gesagt, wenn wir da jetzt einen Ausbruch sehen, dann werden wir ganz schnell an die 80.000 laufen. Da ist dazwischen ist nichts, das ist uncharted territory, jetzt zu schon mal gesagt, zack, wo sind wir, wie jetzt aktuell 82.000 466 stand 15.051. Also insofern, Bitcoin hat das vorgemacht und ein weiteres gutes Beispiel, jetzt mal bezogen auf die Altcoins, sind dann die Ausbrüche unter anderem der Solana Dezentralen Exchanges, der sogenannten Dexes, Radium und Orca zum Beispiel und noch ein, zwei weitere. Johannes und ich hatten hier kürzlich in den letzten Podcast-Folgen, ich meine letzte Woche oder vorletzte Woche nämlich schon darüber gesprochen und die Kurse dieser beiden Altcoins, die ich gerade genannt hatte, Radium und Orca, die weiterhin logischerweise vom Meme-Coin-Hype auf Solana profitieren, legten nämlich in der Folge dieser Ausbrüche aus ihrer Range-Phase, die sie quasi mehrere Monate davor aufgebaut hatten, innerhalb weniger Tage, muss man sagen, signifikant im Jahr zu. Radium konnte seit Ausbruch am 6. November, das war genau letzten Mittwoch nach der Wahl in der Spitze um 72% ansteigen innerhalb weniger Tage, Orca immerhin noch knapp 50% und derartige prozyklische Ausbruchstrades, so nenne ich sie mal, bestätigen das steigende Anlegerinteresse am Kryptomarkt sowie den Start einer hoffentlich anhaltenden Altcoin-Rallye. Die Risikoaffinität der Anleger scheint vorerst zumindest mal zurück und gleich tatsächlich, und ich habe das so ein bisschen abgeglichen gestern auch schon, so ein bisschen mit dem Start dieser Rallye, die wir letztes Jahr schon gesehen hatten, da ging es ja auch Oktober, November los und dann hatten wir gut, es ging nur bis März, aber da hatten wir auch diese sechs Monate, wo Kurse vernünftig liefen und tatsächlich sehen diese Ausbrüche, wenn man sich das jetzt mal anguckt und das mit letztem Jahr vergleicht, ziemlich ähnlich aus und das jetzt zurück auf den Altcoin-Sektor bedeutet und als ich noch mehr Charts durchgeguckt habe, dass nämlich bei vielen Altcoins, die, die sagen, oh nein, ich bin jetzt schon zu spät dran, wo muss ich denn rein, haben nämlich diese Ausbruchscharakteristika charttechnisch gesehen noch vor sich, also das heißt, ihr seid nicht zu spät und ihr solltet jetzt vielleicht nur nicht Sui hinterherlaufen, der jetzt schon in den letzten Monaten mal fünf gemacht hat, das ist vielleicht chancenrisikotechnisch dann nicht mehr das allerbeste Investment, aber deswegen sagte ich eingangs, es ist jetzt ein bisschen Arbeit, man muss sich vielleicht mal zwei Stunden nehmen und einfach stupide durch die Charts klicken und im Nu hat man 10, 20, 30 Coins identifiziert, die nämlich genau diese Charakteristik aufweisen, Seitwärtsphase die ganze Zeit gelaufen, kann man auch Bodenbildung nennen und jetzt aktuell drauf und dran diese Widerstände auf der Oberseite irgendwie zu attackieren und optimalerweise rauszunehmen. Ja, hast du sonst noch weitere Trading Beispiele, die besonders Sinn ergeben da? Also ich nenne dir mal gerne ein paar Ideen, erinnere aber daran vorweg, dass dieses kein Financial Advice darstellt und lediglich meine persönliche Meinung ist. Zur Herangehensweise muss man zunächst mal ganz einfach gesagt, bevor ich ein paar dezidierte Beispiele gebe, was macht ihr? Ihr geht erstmal in den Tagesschart. So könnt ihr überhaupt Seitwärtsphasen identifizieren. Das könnt ihr rein theoretisch sogar auf CoinGecko und Co. machen. Da sieht man, wann passierte nichts, wann liefen wir seitwärts und wann im Grunde genommen, wo sind relevante Widerstandslevels und wo könnte ein neuer Trend sozusagen, ein Ausbruchstrend dann irgendwie kurz davor sein, stattzufinden. Um es einfach so zu sagen. Und um die Suche nach guten Trading Setups weiter zu verfeinern, das ist so ein bisschen so eine allgemeine Anleitung, obwohl ich das mit Peter auch schon in einer der mehreren Podcasts damals gemacht habe, sollte man sich vielleicht vorab erstmal überlegen, ey, welche Sektoren finde ich überhaupt interessant. Will ich Gaming, will ich DeFi, will ich RWA, also Real World Assets, dort vorab so ein bisschen, damit ihr nicht erschlagen werdet von den tausenden von Coins, die es gibt. Und als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal den DeFi-Sektor ran. Und nachdem ich ja weiß, gut, mit World Liberty Finance kommt da jetzt ein Trump-eigenes Produkt mehr oder weniger, dürfte DeFi wohl, ich sag mal, nicht so stark reguliert werden und erstmal vom Haken gelassen werden. Das profitiert natürlich Uniswap und Co von. Und man sieht bei Avid zum Beispiel, einem der größten Landing-Protokolle im DeFi-Sektor auf Ethereum, der hat schon stark performt und es gibt aber durchaus in diesem Bereich DeFi, Staking etc. noch weitere Coins, die Profiteure sein dürften. Und ja, dass Ethereum zuletzt stark performt hat, untermauert eigentlich die These, weil Ethereum ist die DeFi-Chain und das, ja, ich nehme jetzt mal als Beispiel ganz einfach, die dürfte man wahrscheinlich auch kennen, die Perpetual Dexes, also Dezentralen Exchanges, DYDX oder auch DYDX oder auch GMX, ein zweites Beispiel hieran. Bei beiden sieht es nämlich genauso aus, als ob da ein Ausbruch aus der Range kurz bevorstehen könnte. Bei DYDX hatten wir eine Bodenbildungsphase in den letzten vier Monaten und mal, um jetzt ein paar Zahlen zu werfen, ein dynamischer Sprung über 1,32 Dollar. Wenn ihr den Chart nehmt, guckt ihr einfach mal, worum, sagt Stefan 1,32, schaffen wir da einen dynamischen Sprung drüber, auch per Tagesschluss, am besten mehr Tagesschluss, dürfte DYDX nämlich schnell dann gern weiter in den Norden steigen, da Anleger in Bullenmärkten und das ist auch wichtig, klassischerweise dazu neigen, vermehrt auch gehebelte Trades zu machen und da, ja, allein der Amerikaner kann keine gehebelten Trades machen, der muss auf dezentrale Perpetual Dexes ausweichen, da kommen natürlich dann direkt DYDX und GMX ran und, ja, bei GMX als Beispiel ist es so, durch den gästigen Sprung über 27, 27 US-Dollar sieht es bei GMX sogar so aus, als könnte diese Rallye jetzt unmittelbar direkt fortgeführt werden. Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel Rocketpool, ist, ja, der zweitgrößte Liquid Staking Anbieter und nicht nur das Rocketpool 82%, obwohl die sich ein bisschen erholt hatten zuletzt, 82% unter Jahreshoch beziehungsweise Eutam High stehen, dürfte der Kurs bei einem Ausbruch über 13 US-Dollar, einfach mal merken, die Marke, gucken, wieso 13 Dollar, frisches Kurspotenzial bieten. Ja, ein weiteres Beispiel für einen bevorstehenden Ausbruch ist für mich Etherfy, relativ neu der Coin, das ist, wohlgemerkt, aber das größte Liquid Restaking-Protokoll, handelt ebenfalls aktuell rund 80% unter seinem Eutam High und steht aktuell ebenfalls auch kurz davor, seiner Range der letzten drei Monate, ja, sozusagen zu winken und nach oben auszubrechen. Ein Sprung über das Vormonatshoch bei 1,90 Dollar, das ist das Oktoberhof, sollte auch hier eine Rallye initiieren, und zu guter Letzt scheint dann auch, es gibt auch immer mal Nachzügler, auch die Solana Dex Jupiter nun den Kursausbruch über die 1,12 Dollar zu bestätigen. Ich glaube aktuell stehen wir 1,23, das heißt, selbst wenn das jetzt der Ausbruch war und ihr den Retest nicht habt, 1,12 oder 1,23, wenn ihr keine gehebelten Positionen kauft, sondern lediglich Spotkäufe macht, um quasi die Rallye mitzunehmen, ob nun 1,12 oder 1,19 oder 1,22 interessiert nicht, wenn man weiß, wir haben ein Kurspotenzial, keine Ahnung, in Richtung 3, 4, 5, 6, 7 Dollar. Also bitte schaut einfach mal in die Charts, um nachzuvollziehen, was ich meine. Ausbrüche sollten, das sind so ein paar Regeln, sollten mindestens per Tagesschuss, besser mehr Tagesschuss bestätigt werden, um einfach die Chance auf einen Fehlausbruch zu reduzieren und um Coins zu identifizieren, hilft dann auch, wenn man so einen Wust an Coins hat und ich weiß, wo sollte man gucken, auch unter anderem die Seite CryptoRank.io, hatte ich mit Peter damals auch mal besprochen, hier kann man nämlich schön Filter setzen, um auch Nachzügler zu identifizieren und wichtig ist immer noch ein Teil, schaut, könnt ihr auch bei CryptoRank.io machen oder ansonsten auf TokenUnlock.app, schaut immer noch quasi als letzte Instanz darauf, wann hat der Coin, den ihr vielleicht identifiziert habt, auch charttechnisch und auch vielleicht mögt, weil es ein schönes Narrativ ist, wann hat der die nächsten Token Unlocks. Also muss man gucken, kommt da jetzt demnächst viel Liquidität weil da eine hohe Token Inflation ist, sprich die Umlaufmenge an Coins wird drastisch erhöht, dann würde ich vielleicht eher sagen, okay, ich suche mir ein anderes Projekt. Man kann vielleicht und das sollte man, auch wenn das in dem letzten Run, den wir hatten, jetzt nicht mehr ganz so war wie in den vorherigen Bullruns in 2020 und 2017, neigt der Markt dann traditionell dann noch dazu die Liquidität von Bitcoin, der als erster den Ausbruch hatte über Ethereum, der jetzt aktuell endlich performt, dann in die Top 20 Coins und dann erst in immer kleinere Projekte mit geringem Markencap fließen zu lassen. Zwar hat der Run zu Jahresbeginn, der letzte sozusagen, dieser Mini-Bullrun will ich ihn mal nennen, gezeigt, dass diese Regel der letzten Wohlmärkte so nicht mehr eins zu eins gilt, sondern zunehmend sektorspezifisch agiert wird, siehe unter anderem RWA und auch vor allem in Meme-Coins. Jedoch investiere ich aktuell, ich persönlich, eher in größere Projekte mit, sagen wir mal, mindestens 100, vielleicht 200 Millionen Market Cap und schaue noch nicht auf Micro-Caps. Mit Ausnahme von Meme-Coins, aber die haben ja eh ihre eigenen Gesetze und PS, also Beispiel, auch hier finden sich mit Bonk, Dogwithhat, also With oder auch Brad, so hat tatsächlich noch größere Projekte, die noch ordentlich Platz zum Ottermai haben, mit unter teilweise 50 oder 60 Prozent und ja, die ich aktuell zumindest persönlich klar bevorzugen würde gegenüber Micro-Memes, so wie ich sie mal nenne oder auch beispielsweise bereits zuletzt stark gestiegenen Meme-Coins wie Cat in the Dogs World oder auch Popcat, also einfach nur, weil ich würde jetzt nicht anfangen, die Sachen, die jetzt unmittelbar in den letzten Tagen, Wochen schon stark gepumpt sind, da reinzukaufen, eher nicht, sondern eher zu gucken, welche sind die, die diesen Ausbruch oder diesen Move noch nicht gemacht haben und wer steht jetzt irgendwie ein Stück weit an so einer Widerstandsschwelle, die ja einfach Platz liefert, wenn da ein Ausbruch kommt. So, das war jetzt eine ganze Menge, Stefan, ich glaube, das war viel Eifer für unsere Zuhörer und Zuschauer. Damit würde ich sagen, schließen wir auch das Hauptthema. Lass uns doch mal zum Ausblick kommen und schauen jetzt, welche makroökonomischen, wirtschaftspolitischen Ereignisse uns in der nächsten Woche erwarten könnten. Also was müssen wir im Blick haben? Also ja, am wichtigsten dürfte definitiv oder dürften die neuesten US-Inflationszahlen sein. Wir haben zur Wochenmitte haben wir nämlich die Verbraucherpreise, also die klassischen CPI-Daten und dann tags drauf auch die aktuellen Erzeugerpreise, das sind die PPI-Daten und zum Wochenschluss am Freitag werden so dann noch die neuesten US-Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben. Ja, und des Weiteren ist die Woche eigentlich gespickt mal wieder mit Reden von, ich glaube, insgesamt sind es sogar zwölf US-Notenbänkern zur Geldpolitischen Lage. Die Marktteilnehmer werden insbesondere den Aussagen, auch wenn sie letzten Donnerstag, also jetzt vor wenigen Tagen schon mal Paul lauschen durften, insbesondere erneut den Aussagen von dem FED-Vorsitzenden Paul auch diese Woche wieder am Donnerstag lauschen, mal gucken, ob man ihm vielleicht noch weitere Infos entlocken kann zur Geldpolitik. Krypto-Investoren insbesondere schauen zudem auf die Veröffentlichung der neuesten Quartalszeiten des Bitcoin-Mining-Unternehmens Mara Digital Holdings nachbörslich morgen Abend, also am Dienstagabend. Das ist so das, was ich identifiziert habe als relevant. Und wenn wir uns jetzt Bitcoin anschauen, also ich meine, die Woche wäre ja schon Wahnsinn überlebt haben. Was ist so nach oben hin möglich? Welche Marken sind da auch wichtig in den nächsten Tagen? Also ganz klar, wer Bitcoin großschraubt sich nach der Wahl weiter genauen. Das ist ja das, was ich auch in der Vorwoche mit Johannes hatten wir glaube ich genau noch gesagt, mal gucken, ob wir nicht nächste Woche Montag schon die 80.000 vermelden können. Ding Dong, haben wir geschafft. Ja, in der Folge des Ausgangs der US-Wahlen stieg die Kryptoleitwirkung zur Wochenmitte auf ein neues ATA, also Eutamain, und bestätigte damit dann auch diesen Ausbruch durch eine Folgebewegung, ja, sogar am heutigen Montagmorgen auf mittlerweile, wo stehen wir, ja, 82.700 mittlerweile, also wir robben uns an die 83.000 ran. Und damit folgte Bitcoin eigentlich der starken Kursreaktion des US-Aktienmarktes und ja, durch den Sprung durch die nächste psychologisch relevante Marke von 80.000, ja, erreicht dem Bitcoin eigentlich die nächste Zielmarke auf dem Weg zu 100.000, die haben wir jetzt schon durchschritten und jetzt mal zu den Marken, die du meinst, kann sich Bitcoin nun oberhalb, das ist wichtig, sollten wir noch mal ein Pullback sehen, was vollkommen gesund wäre, nachhaltig, unproblematisch, kommt ein Pullback, aber Bitcoin kann sich dann oberhalb des alten Alltime-Highs, das lag bei 73.835 aus März, stabilisieren, egal ob das nun 75 ist oder 74 oder 76 irgendwo dort stabilisiert und dann wieder den Boden findet und dann weiterläuft und so dann nachhaltig die 80.000 hinter sich lassen kann, dürfte eigentlich zeitnah, und das gefühlt wird, wird das heute schon der Fall sein, die Zielmarke von 83.370 anlaufen, das ist ein 138er Fibonacci Extension, das stellt aber meiner Meinung nach nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur 89.147 dar, hier findet sich das 161er Fibonacci Extension, was immer so ein bisschen das Golden Pocket der Extensions genannt wird, hatte ich auch hier mal mehrfach erklärt, und das ist das 161er der kompletten 2424er Korrekturbewegung, die wir gesehen haben, das ist das nächste wichtige Kursziel für mich, ja, kleiner Funfact, erreichen wir nämlich diese Marke, würde tatsächlich Bitcoin auch gegenüber Gold endlich dann ein neues Alltime-Haus bilden, damit hätte es so gesehen nicht nur alle Fiat-Währungen Alltime-Haus gebildet, sondern auch gegenüber Gold, und zeigt sich der US-Aktienmarkt auch in dieser Woche dann weiter Bullish, kann ein Fall einer Inflation zahlen, das dürfte wichtig werden, auch die 90.000 pulverisieren, also Bitcoin, würde dann tatsächlich die Chance auf den Durchmarsch bis in die Zone zwischen 98.579, ich weiß, das klingt jetzt so lustig, wenn ich da so mit kleinen Zahlen ankomme, und 102.000 Dollar und 88, also 102.000 und 88 Dollar, das ist nämlich das übergeordnete 161er Fibonacci Extension, dieser kompletten Korrekturbewegung von dem 2021er hoch runter an das Tief, was wir gesehen hatten bei 15.000 und ein paar zerquetschten und diese komplette Bewegung davon ist das das 161er, das ist für mich das maximale Kursziel und das passt auch sehr gut mit diesem Ganzen, die Schallmauer von 100.000 soll jetzt mal erreicht werden in 2024, das wünschen wir uns ja eigentlich Sven. Und jetzt mal angenommen, die Volatilität zieht den Kurs doch gegen deine Erwartung nach unten, was wären da so die Kursziele, die uns erwarten? Also ich sag mal ganz klar, das klingt gemein für die Bären, aber seit der Trump-Wahl kriegen sie keine Tatze mehr auf den Boden, sozusagen. Ja, durch den Ausbruch in diesen unchartierten Bereich hat die Verkäuferseite tatsächlich nun enorm schwer. Ein Erstzeichen für eine temporäre Kurskonsolidierung wäre in einem dynamischen Rücksetzer unter die 80.000 zu sehen. Gestern Abend haben sie das schon versucht, dann wurde die 80.000 dann schnell wieder geholt, aber bereits bei 78.437 dürften die Bullen dann versuchen, wieder gegenzuhalten. Also kommt eine kleine Korrektur, dürfte das so der erste Support-Bereich sein. Und sollte diese Marke und damit das 23.000 Fibonacci, dieser aktuellen Bewegung vom Hoch zum letzten Tief bei, was war das, 67.000 ungefähr, das ist diese Bewegung, die Strecke, die ich nehme, um das zu berechnen, sollten wir da drunter fallen, könnte es eine Konsidierungsausweitung bis an das 38.000 Fibonacci geben, das wären ungefähr bei 76.214 US-Dollar und erst wenn auch diese Marke unterboten ist, könnte sich die Abwärtsbewegung zurück in Richtung 74.300 ausweiten, das würde dann auch so ein Stück weit damit einhergehen, dass wir diesen Retest von dem alten All-Time-High nochmal sehen. Maximal könnte Bitcoin dann sogar vielleicht mit so einem kurzen Dip quasi einmal kurz das Golden Pocket bei 72.800 anlaufen, um auch Liquidität einzusammeln, die ganzen gehebelten Long-Trades nochmal zu liquidieren, das machen die Market Maker gerne, wenn ihnen die Möglichkeit geben wird, aber das ist ein Stück weit dann auch das maximale Kursziel. Das Wichtige ist vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt, wenn ihr so eine Fibonacci anlegt und wir haben eine Trendbewegung, das ist egal, ob das Bitcoin, Ethereum oder irgendein Altcoin ist, ihr legt sowas an, je geringer der Retrace, desto stärker ist die Bewegung, also ihr legt, sagen wir mal, es wurde ein hohen Lokales meinetwegen gestern ausgebildet bei, nehmen wir mal Cardano und wir haben einen Tief und einen Hoch und wir machen quasi eine wellenmäßige Bewegung, um zu testen, ist der Ausbruch oder ist diese Bewegung auch valide, je weniger wir zurückkommen und je eher wir wieder quasi dann die Trendbewegung fortsetzen, desto bullischer ist der Chart zu werden, oftmals in so Trendbewegungen ist es nämlich dann gar nicht das 61er Fibonacci was angelaufen wird, sondern ganz häufig ist es das 23er maximal das 38er Fibonacci von so einer Bewegung, also sprich wir haben eine lange Stange, also quasi wir machen eine lange Bewegung nach oben, sehen dann so einen kleinen knackigen Rücksetzer und dann im Grunde schieben wir direkt weiter in den Norden, das so mal so als Faustregel, wie man da auch rangehen kann. Okay, ich würde sagen, vielen Dank für deinen Input, Stefan, das war wieder eine ganze Menge, ich glaube wir sind gut gerüstet für jetzt die noch junge Woche und bevor wir uns verabschieden noch der Hinweis, wer noch nicht die BTC Echo App hat, die ist auch kostenlos, dann ladet die doch gerne runter, dort habt ihr auch die spannende Portfolio Funktion, von der ich am Anfang gesprochen habe, damit ihr auch immer alle Kurse gut und einfach tracken könnt, gleiches gilt natürlich auch für unser BTC Echo Plus Abo, damit ihr eben auch die tiefen Marktanalysen erhaltet, auch von Stefan unter anderem und weitere Analysen, die euch glaube ich in dieser Marktphase gerade besonders unterstützen können bei der Investitionsentscheidung. In diesem Sinne würde ich sagen, macht es jetzt gut und ja, wir freuen uns dann auf das nächste Mal. Ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Researchen von potenziell interessanten Altcoins und in diesem Fall allen eine erfolgreiche Handelswoche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.